Artikel 1 Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. St. 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 18 19 20 20 20 21 18 20 20 21 21 20 22 21 23 23 22 23 24 25 25 Artikel 10 Artikel 11 1 Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 1. Einer heeft recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. 2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan in geval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. Artikel 15 Artikel 15 Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Niemand darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. Artikel 15 Artikel 15 Artikel 15 Artikel 17 1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his property. Artikel 18 Artikel 18 Artikel 19 1. Everyone has the right to own property, everyone has the right to own property and expression. 1. Everyone has the right to own property and its property and the rights to own property, everyone has the right to have the right to own property. frei gewählte Vertreter mitzuwirken. 2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. 3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt. Dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmeabgabe oder in einem gleichwertigen, freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. Art. 22. Kaffe Atomo, ως μέλος του κοινωνικού Συνολου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτος, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 1. Πρατήκ, βέκτη, κοκάμ, 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 κοκάμ die mannwihir Gaurav ki Yogye ho, tatha avishikta hone par uski purti anprakaake samajik sarankchanu dhwara ho sake. 4. Prateek Vyakti ko apne hito ki raktsha keliye shramjivisang banane aur unmei phag lehne ka adhikar hai. Artikel 24 Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezeiten Urlaub. 5. Prateek Vyakti 6. Prateek Vyakti 7. Prateek Vyakti 8. Prateek Vyakti 9. Prateek Vyakti 10. Prateek Vyakti 11. Prateek Vyakti Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship amongst all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. 3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. 4. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. Artículo 28. Artículo 29. Artículo 29. Artículo 30. Artículo 30. Artículo 30. Artículo 30. Artículo 31. The Artículo 31. Amen. Amen.